Er hat dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jorges, Krebs und Botter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer schickt Sie? Der Angriff Steiner ist ein Befehl! 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 Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Ich setz Feiglinge! Verreilt ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmolz des deutschen Volkes! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zucker gebracht haben, Wurden zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang, dass das Militär mal der Aktionen nur behindert! Ich habe mich jeden nur als bestätigen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan! Und dann haben alle Höheroffiziere richtig dienten lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie! Und doch habe ich allein, allein aus Militärsfeld, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an, bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat gelübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Bild werden sie bezahlen! Sie wird das Zaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, irren Sie sich bewaltig! Er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf! Sie wollen Sie, was Sie wollen! Vielen Dank.